Also wir im Klinikum Augsburg haben uns im Rahmen der Thematik Entlastung des Pflegepersonals Gedanken gemacht, wie wir auch hier für Entlastung des Pflegepersonals sorgen können. Und es ist eben so, dass wir jetzt ein neues Berufsfeld eingeführt haben. Das nennt sich eben Service Assistenz. Das sind Kollegen, die die Pflege in der täglichen Arbeit unterstützen. Vor allem sind es Arbeiten, was so den hauswirtschaftlichen Bereich angeht. Also es ist die Thematik Essen austeilen, dann Essen einsammeln, dann die Zimmer neu bestücken. Und diese Kollegen entlasten die Pflege auf Station eigentlich deutlich. Wenn die nicht da sind, dann ist einfach der Tag schon mal schlecht. Erstens mal sind die Service Assistenten, die bei uns da sind, wirklich so motiviert. Die wollen arbeiten, die wollen uns helfen. Die muntern uns mal auf, die muntern den Patienten auf und die sagen, komm, es wird doch nicht so schlimm und ich helfe dir doch. Und wenn ich irgendwo was am machen bin und mir fehlt eine Hand und dann steht die auf einmal hinter mir und sagt, soll ich dir was helfen, dann freue ich mich einfach. Wir können uns die Zeit, die wir hatten, als wir keine Service Assistenten hatten, die können wir uns gar nicht mehr so wirklich vorstellen. Wollen wir uns nicht mehr vorstellen, weil wir brauchen sie und wir wollen sie einfach nicht mehr hergeben.